Ich habe im Zuge der Ausstellung Reflexion eine Fotoserie erstellt, weil ich es sehr spannend finde, wie man mit Fotografie Dinge neu kombinieren kann und auch den Betrachter zu neuen Interpretationen einladen kann. Die Ausgangsinspiration zu meiner Arbeit war das Porträt des Heiligen Franziskus von Dirk von Baburen. Für mich war es inhaltlich sehr spannend, weil eine sehr starke Hervorhebung und auch Zugehörigkeit zur christlichen Religion suggeriert wird durch Kreuz, Rosenkranz und Totenkopf. Aber auch auf visueller Ebene hat es einen sehr schönen Lichteinfall. In meiner Arbeit wollte ich eine Art moderne Version dieses Gemäldes schaffen und den Betrachter dazu einladen, selbst über gewisse Zugehörigkeiten zu Symbolen der heutigen Zeit nachzudenken. Dabei habe ich ein sehr plakatives Symbol wie den Geldschein gewählt, den ich mit verschiedenen Porträtausschnitten kombiniere und so die Frage aufwerfen will, wie sehr man etwas Materiellen zugehört oder angehört. Ich hoffe, dass man durch die Reihenfolge, wie man es betrachtet, neue Verbindungen und Interpretationen allgemein zur Thematik des Materiellen für sich schaffen kann. Und dazu möchte ich den Betrachter einladen. Und dazu möchte ich den Betrachter einladen. Und dazu möchte ich den Betrachter einladen. Frage Baulation Euer Bezpiegel